Hier sind die besagten Funkkopfhörer. Die hier jetzt mehr als normales am strahlen sind. Also auf die Entfernung hier noch ordentlich. Ich brauche hier auch eine andere App. Die ist also beim Anschlag. Die müsst ihr hier in Mikrotesla messen. Genau links am Rand und da sind es hier bis zum Anschlag über 4000. Der Anschlag des Sensors, der sogar hakt bei dem Lautsprecher des Bluetooth Kopfhörers. Zwei Mikrotesla sind normal. Das hier sind 4000. Das hier sind die